hallo mein name ist antonio peri der inhaber vom eiscafé silvana ich finde es eine tolle aktion vom stadtmarketing und auch von der stadt marbach dass sie das ins leben gerufen haben mit marbach handeln und uns damit die kleine gastronomen oder einzelhändler in marbach damit unterstützen mit der plattform und vor allem dass man dadurch auch unsere kundschaft was anbieten kann wie mit den gutscheinen oder mit gewissen aktionen wie wir momentan anbieten wollen für die woche vom 18.5 bis zum 24.5 wird unser spaghetti ice beim vorzeigen des gutscheines von marbach handelt anstatt für 6 euro für 4,50 euro geben damit wir auch ein teil zurückgeben können für die kundschaften und kunden vor allem auch die bürger marbach wo uns in dieser schwierigen zeit unterstützen dass er auch was zurückbekommen von uns jetzt werden wir mal zeigen wie wir so ein spagetti eis anrichten das angeblich nicht fehlen wie bei jedem spagetti unser vanilleeis wird durch eine primatisch gesteuerte spagetti maschine gedrückt so jetzt kommt noch die hausgemachte abgassoße über die spaghettis und natürlich unser käse darf nicht fehlen was bei uns ja die weiße schokolade ist und so wird dann das spagetti alles aussehen was es momentan dann in der woche vom 18.5 bis zum 24.5 anstatt für 6 euro für 4 euro 50 gibt im eisgapese war wir wollen uns auch noch mal bedanken gerade beim stadtmarketing und marber handelt und wir wünschen alles alles gute vor allem bleibt gesund kauft regional kauft in der stadt hilft uns unterstützt uns damit und ich wünsche euch noch einen schönen tag